Beim Kauf eines neuen Kraftstoffeinspritzsystems für Ihre Fendt-Maschine sollten Sie sich stets für Originalteile von Ihrem Eco-Händler entscheiden. Die Leistung und Zuverlässigkeit des Kraftstoffsystems ist wichtig, um die maximale Leistung Ihrer Maschine sicherzustellen. Vor allem bei modernen elektronisch gesteuerten Motoren mit Common Rail Kraftstoffpumpen und Einspritzsystemen ist dies besonders wichtig, da die Entwicklung des Motors ganz auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Maschine abgestimmt ist. Hier sehen wir einen perfekt ausbalancierten Motor mit Originalteilen. Das Motorsteuergerät, die Kraftstoffpumpe und das Einspritzsystem sind optimal synchronisiert und sorgen damit für maximale Leistung und einen effizienten Kraftstoffverbrauch. Der Druck in einem Common Rail Einspritzsystem beträgt bis zu 2000 Bar. Er ist gleichbleibend stabil, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge an Kraftstoff abzugeben. Die Dieselpartikel werden zu einem feinen, gleichmäßigen Nebel mit einem einheitlichen Sprühbild zerstäubt, wodurch eine vollständige und saubere Verbrennung erreicht wird. Sie sehen hier, dass je Hub und Zylinder drei Injektionen ausgelöst werden. Zuerst die Voreinspritzung, dann die Haupteinspritzung und zuletzt die Nacheinspritzung, um sämtliche Rückstände im Zylinder zu entfernen. Nur der Originalhersteller verfügt über das spezifische Fachwissen, um jede Systemkomponente auf die exakte technische Spezifikation abzustimmen. Dies stellt sicher, dass Ihr Motor mit maximaler Leistung und Zuverlässigkeit arbeitet und zugleich die Emissionsvorschriften erfüllt. Vergleichen wir es nun mit einem Motor, der mit Nachbauteilen ausgestattet ist. Der Druck im Common Rail System ist nicht so stabil und weist leichte Schwankungen auf. Das Volumen des eingespritzten Diesels und das Sprühbild im Zylinder sind nicht so gleichmäßig. Statt eines feinen Nebels entstehen Kraftstoffpartikel unterschiedlicher Größe, deren Dichte variiert, was zu einer ungleichmäßigen Verbrennung führt. Im Extremfall wird so beispielsweise bei der Voreinspritzung zu viel Kraftstoff eingespritzt. Dies kann zu einem plötzlichen Anstieg des Drucks im Zylinder führen und möglicherweise den Kolben beschädigen oder sogar einen kapitalen Motorschaden verursachen. Ihr Eco-Händler bietet Ihnen die Wahl zwischen Neu- und Austauschteilen. So wird sichergestellt, dass Ihre Eco-Maschine zuverlässig und mit maximaler Leistung arbeitet. Setzen Sie auf Originalersatzteile, die exakt nach Herstellerspezifikation hergestellt, kalibriert und getestet werden. Mit vollen 12 Monaten Gewährleistung auf die gesamte Einheit und einem umfassenden Produktsupport von Eco-Parts. Wenn Sie also Komponenten Ihres Einspritzsystems austauschen müssen, wenden Sie sich direkt an Ihren Eco-Händler und fragen Sie nach dem Original. Die beste Lösung für langfristig ausgezeichnete Leistung, hohe Effizienz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.